Hallo Leute, heute ist ein guter Tag, denn wir starten in eine neue Serie Factorio, genauer gesagt Crustorio 2, wo wir überleben müssen und letztendlich unser Vorkommen sichern müssen. Es ist ein Weilchen hier, seit ich Factorio gespielt habe, bin etwas rostig daher und hier könnt ihr schon sehen, ist ein bisschen anders als das Vanilla Game, denn wir haben aus dem Wrack ein paar Maschinen. Wir haben einen Computer, wir haben einen Reaktor und da müssen wir schauen, was bekommen wir hier zusammen. Ich denke, wir brauchen etwas Strom. Wir haben hier einen Unterstand. Wo wir etwas reinbringen können. Was können wir denn craften? Eine Windturbine, da fehlt uns aber etwas am Material. Vielleicht finden wir das hier in dem Schrott von unserem abgestürzten Raumschiff. Denn, ich glaube, das Erste, was wir hier vorwärts bringen müssen, ist ein bisschen Forschung. Für ein bisschen Forschung brauchen wir etwas Strom. Wir haben Kupferkabel. Jetzt brauchen wir nur noch Stahl. Vielleicht brauchen wir etwas mehr Kupferkabel. Und irgendwo, denke ich, liegt auch Stahl rum. Vielleicht im Hauptfrack. Das dauert ein bisschen länger, bis wir es abgebaut haben. Und da oben rechts haben wir ein paar Minenfelder. Erzfelder. Erzfelder, nicht Minenfelder. Und unten längs etwas Wasser. Und zumindest für den Moment sollten wir vor Aliens sicher sein. Okay. Ah, Eisenträger, nicht Stahlträger. Wir bauen mal einen davon. Und dann brauche ich wahrscheinlich Holz für ein paar mehr Strommassen. Die packe ich dann gleich mal hier unten rein. Und dann. Sehr schön. Ähm. Basistechnologie-Karte. Sehr schön. Die brauchen etwas mehr Holz. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sehen, gibt es einige Rezepte hier in Castoria, die effektiv Holz benötigen. Gut. Dann können wir ja mal mit der Forschung loslegen. Ähm. Wir haben, ja machen wir erstmal da weiter. Und ich habe die Warteschlange-Funktion freigeschalten. Ähm. So, dass wir das aneinanderreihen können. Ähm. Und nicht unbedingt alles. Hm. Das wäre wahrscheinlich gut. Dann gehe ich etwas Holz hacken. Und dann denke ich, müssen wir uns etwas um Erze kümmern. Denn für die Basisforschungspakete brauchen wir etwas Kupfer. Ähm. Ähm. Ich habe einen Miner. Das wird nicht reichen. Kann mir einen weiteren bauen. Aber mir fehlt es wahrscheinlich an Stein. Und dann habe ich hier keine grossen Steinblöcke gesehen. Kleine. Kleine. Die helfen etwas. Ähm. Und dann, ja. Dann können wir ein paar befeuerte Miner bauen. Ähm. Und dann die hier aufstellen. Ich bin immer noch dabei, die Forschungspakete zu bauen. Ähm. Und unsere Laufgeschwindigkeit ist auch nicht allzu hoch. Wie sieht es denn mit Strom aus? Die eine Windturbene kann das ganz gut versorgen bisher. Ja. Gut. Ähm. Ähm. Und hier. Ähm. Ich habe nicht eine Holzkiste gemacht. Und dann hier auch noch etwas für Eisen. gut. Hier muss ich die einstellen. So. Und dann wollen wir vielleicht ein paar hier hinein. Ja. 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 Und dann können wir hier etwas nachlegen. ähm. Ähm. Ich darf Kuper-Kabel reinmachen. Und da, dann die. Okay, dann wird das für uns automatisch schon mal reduziert und hier oben geht uns der Brennstoff aus, auch hier hin, ein paar mehr Öfen, das kann nicht schaden. Und dann haben wir mal schauen, hier oben rum ziemlich viel Klippen, das heißt, ich denke, unseren Bus machen wir da mal auf die linke Seite und hoffentlich bis wir da auf Klippen stoßen, haben wir Klippen Sprengstoff. So weit, so gut. Die Forschung geht ganz ordentlich voran. Ich denke, hier in dieser ersten Folge werden wir noch nicht wirklich was Großes reißen. Da geht es effektiv mehr darum, um hier mal das erste, die ersten Schritte zu machen. Und es sind noch ein paar Schritte, die es braucht, bis wir da richtig gehen können. Und das Schöne hier ist, dass wir das Zentrum von unserer Basis etwas in grün haben. Das heißt, das schluckt etwas mehr Verschmutzung, was uns bei den Aliens hilft. Die kommen da wahrscheinlich nicht ganz so rasch angerannt. Und das Ganze ist eine Schienenwelt, was bedeutet, die Erbsfelder sind etwas weiter auseinander, dafür etwas ergiebiger. Und der zweite Pluspunkt, wenn ich mich richtig erinnere, ist, dass wir dann hier, wenn wir irgendwo Radare aufstellen, dass in dem Gebiet, der mit Radaren abgedeckt ist, keine neuen Alien-Nester mehr spawnen. Das heißt, wir können uns theoretisch schenken, außenrum eine Mauer zu ziehen, solange wir sicherstellen, dass wir mehr Gebiet abdecken mit Radar als unsere Verschmutzung. Und das sollte zumindest für den Anfang ausreichen, bis wir da dann wirklich so weit kommen, dass wir das nicht mehr mit vernünftigem Auswand machen können. Aber ich denke, zu dem Zeitpunkt sollten wir dann auch schon gut unterwegs sein, um uns verteidigen zu können. Das sieht doch schon ziemlich gut aus. Hier haben wir eine Ressource, die von Castoria herkommt. Und da haben wir auch wieder was Neues, Mineralwasser. Das werden wir irgendwann später dann benötigen. Aber ja, ich denke, der Anfang, sobald wir da mit der Forschung für Dampfmaschinen durch sind, dann können wir auch ordentlich was mit Strom machen. Bis dahin, wahrscheinlich aber eher in dem Tempo, in dem wir jetzt unterwegs sind. Und typischerweise am Anfang von jedem Bus, den ich baue, steht irgendwo ein Oven Array. Und ja, wir können sogar schon mal Short-Förderbänder machen. Einfach mal schauen, wie das so aussehen soll. Das ist eins, muss ein bisschen länger werden. Und ich denke, wir brauchen vier für Eisen, vier für Kupfer, zwei für Stahl, zwei eins für Stein. Und dann haben wir, glaube ich, aus Stein machen wir auch noch Sand. Das kommt dann quasi auf die gleiche Ebene. Ja, das ist in etwa das, was wir hier brauchen. Und wenn ich hier immer zwei dazwischen laufe, dann sind das eins, zwei, drei, vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Das waren die für Kupfer und Eisen. Dann zwei für Stahl. Einmal für Stein. Und das bringt uns schön hier nach unten an unser Wasser. Und vielleicht beginnen wir hier unten mit Kupfer. Dann Eisen, Stahl und zuoberst dann Stein. Und so wie es aussieht, ist uns hier das Holz im Weg. Denn da haben wir Klippen. Also das heißt, unser Array kann nicht allzu sehr nach links wandern. Aber wir können das Ganze nach rechts ausbauen. Ich denke, das war's für die erste Folge. Bis nächstes Mal werde ich hier etwas ausholzen. Und hoffentlich auch ein paar Ressourcen sammeln. So, dass wir dann nächstes Mal da mit der Schmelze beginnen können. Also, wenn ihr Spass an Faktorio habt, dann solltet ihr unbedingt subscriben, falls ihr das noch nicht seid. Hinterlasst mir doch bitte einen Like, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann und tschüss.